So, ich habe jetzt hier ganz einfach ein Blatt und wenn man denkt, ich puste unten dagegen, dann ist klar, dann wird sich das Blatt nach oben bewegen. Aber jetzt mache ich ganz bewusst was anderes. Ich puste oben drüber, das heißt, ich habe keine Luft unten drunter gegeben. Ich habe hier oben die Luft schneller gemacht. Und siehe da, hier ist was passiert. Das Blatt hat sich einfach gehoben. Woran das liegt, das werden wir noch mal erklären. Aber das erstmal genug. Danke, Herr Kammermann.